Hey Leute, in diesem Video werden wir uns die beste Reiskocher durch umfangreiche Recherchen und Tests ansehen. Wir haben eine Liste von Optionen zusammengestellt, die den Bedürfnissen verschiedener Käufertypen gerecht werden. Wir haben Optionen für jeden Benutzertyp enthalten. Ob Sie also nach dem besten Budget suchen, like den Videokommentar und vergiss nicht zu abonnieren. Jetzt lass uns mit dem Video loslegen. Nummer 1, Russell Harbs Reiskocher 1, 2L Dampfgarer, der Russell Harbs Reiskocher. Hat ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern, was bei 200 Gramm pro Portion für ungefähr 6 Personen reicht. Der Klappdeckel des Kochers versiegelt das Aroma und hat ein Ventil für gleichmäßigen Dampfaustritt. Der Reiskocher hat jedoch auch einen integrierten Dämpfeinsatz und dient euch als Dampfgarer, den ihr gleichzeitig oder auch allein verwenden könnt. Das Modell von Russell Harbs verfügt über eine automatische Warmhaltefunktion, die sich aktiviert, sobald der Reis fertig gegart ist, der Schalter. Springt automatisch um und der Reis bleibt warm, bis ihr zum Essen bereit seid. Bereitet mit dem Reiskocher inklusive Dampfgarer neben allen möglichen Reissorten auch Fleisch, Gemüse und Fisch zu. Für leichtere Handhabung und Reinigung ist der Gartopf herausnehmbar. Antihaft beschichtet und Spülmaschinen geeignet. Sein Gehäuse besteht aus Edelstahl und lässt sich leicht abwischen. Zum Lieferumfang gehören ein Missbecher, ein Dämpfeinsatz und ein Reislöffel. Nummer 2, Russell Harbs Cook at Home. Reiskocher. Der Russell Harbs Cook at Home Reiskocher hat eine Dampfgarfunktion. Im Lieferumfang ist ein Dämpfkorb enthalten, der es ermöglicht, Fleisch, Gemüse oder Fisch zu garen. Ist der Reis fertig gekocht, schaltet das Modell automatisch in die Warmhaltefunktion. Der Russell Harbs Reiskocher hat eine Leistung von 700 Watt. Die Füllmenge beträgt 1,8 Liter. Was 10 Tassen Reis oder 10 kleinen Portionen entspricht. Der Reiskocher hat einen antihaftbeschichteten und herausnehmbaren Gartopf und einen Glasdeckel, durch den sich der Garvorgang beobachten lässt. Die Oberfläche des Reiskochers besteht aus gebürstetem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA-frei. Zum Lieferumfang gehören neben dem Dämpfkorb ein Reislöffel und ein Messbecher. Er gehört genauso zum Zubehör wie die Bedienungsanleitung. Auch ein Messbecher und ein Portionslöffel sind dabei. Vorteile für 10 Personen mit Dampfgarfunktion. Hohe Leistung. Die Füllmenge beträgt 1,8 Liter. Nachteile. Teile nicht für die Spülmaschine geeignet. Nummer 3. Reishungerreiskocher und Emp. Dampfgarer. Der Reishungerreiskocher ist zum Reiskochen und zum Dämpfen von Gemüse geeignet. In dem Modell lassen sich unterschiedliche Reissorten wie weißer Reis, Duftreis, Basmati-Reis, Jasminreis oder Sushi-Reis sowie Vollkornreis kochen. Ist der Reis fertig gegart, schaltet der Reiskocher automatisch in. Den Warmhaltemodus. Die Warmhaltefunktion soll den Reis für bis zu 8 Stunden warm halten. Der Reiskocher hat einen Innentopf aus Aluminium, der am Boden mit einem Wabenmuster versehen ist. Der Reiskocher aus dem Vergleich hat eine Leistung von 500 Watt. Laut Hersteller gart er den Reis gleichmäßig und schnell. Das Füllvolumen beträgt 1,2 Liter. Das soll für bis zu 6 Personen ausreichen. Die Zubereitung kleinerer Mengen ist durch Anpassen der Füllmenge möglich. Der Lieferumfang umfasst einen Messbecher, einen Reiskocherlöffel, der den Reistopf schützen soll und einen Dämpfeinsatz zum Garen von Gemüse. Der Reiskocher wird über einen Kippschalter an der Front bedient. Das Modell ist in folgendem Video zu sehen. Vorteile, vergleichsweise kompakt und leicht, für 6 Personen. Mit Dampfgarfunktion für Gemüse. Einfache Bedienung. Nachteile. Teile nicht für die Spülmaschine geeignet. Nummer 4. Jum'Eche Panda Minne Reiskocher. Die Reiskocher von Panda verfügen alle über die Fuzilogik-Technologie, mit der ihr neben Langkornreis, Kurzkornreis, Sushi und Braunem Reis alle möglichen Sorten Reis zubereiten könnt. Auch eine Schnellkochoption ist vorhanden, falls ihr den Reis etwas schneller kochen möchtet. Auch der Jum'Eche Panda Minne Reiskocher nutzt dank Fuzilogik-Prozessor 7 verschiedene Phasen und eine Temperaturanpassung. Um den jeweiligen Reis zu kochen, laut Hersteller sollen dadurch Nährstoffe, Aroma, Textur, und ein guter Geschmack erhalten werden. Der Minne Reiskocher von Panda hat ein Fassungsvermögen von 0,63 Liter, was ungefähr für 1 bis 3 Personen reicht. Laut Hersteller ist der Reiskocher besonders gut für Paare oder Singles geeignet. Die letzten 10 Minuten des Kochvorgangs zeigt euch der Reiskocher immer als Countdown über das moderne und helle LED-Display an. Das Display ist mit einem koreanisch gestalteten Smart-Button-Bedienfeld ausgestattet. Das weiße Gehäuse hat ein koreatypisches. Niedliches Design mit grauen Akzenten Die Innenschüssel hat eine 2 mm dicke 5-schichtige Keramikbeschichtung, die als Antihaftschutz dient und den Kochprozess unterstützen soll. Nummer 5 Reishungerdigitaler Reiskocher Der Reishungerdigitaler Reiskocher ist Reiskocher und Dampfgarer in einem. Er hat eine Leistung von 860 Watt und ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Das entspricht Reis für einen Personenanzahl von bis zu 8 Personen. Das Gerät ist in weiß und in schwarz erhältlich. Der Reiskocher ist 39 cm tief, 29 cm breit und 24 cm hoch. Nach Angaben des Herstellers sorgt der Reiskocher für ein volles Reisaroma, eine nährstoffschonende Reiszubereitung und eine gute Konsistenz. Das Gerät soll eine einfache Menüführung, ein gut ausgeleuchtetes Display und eine intuitive Bedienung bieten. Der Reiskocher hat eine Timer- und Warmhaltefunktion, die für warmen Reis zur gewünschten Zeit sorgen sollen. Im Lieferumfang des Reiskochers befinden sich ein Messbecher, ein Reiskocherlöffel, ein Dämpfeinsatz und eine Bedienungsanleitung. Das Modell wiegt 5,05 kg. Es ist mit einem Innentopf mit Henkeln und einer doppelten Antihaftbeschichtung aus Keramik ausgestattet. Eine gute Hitzeverteilung soll für gleichmäßig gegarten Reis sorgen. Okay Leute, das war's erstmal. Bitte hinterlassen Sie ein Like auf dem Video. Wenn Sie neu hier sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie Ihr Benachrichtigungsglockensymbol, um die neuesten Videos unseres Kanals zu erhalten. Schauen Sie sich unbedingt die Beschreibung für Links an, um die aktuellen Preise für alle in diesem Video erwähnten Produkte zu finden.